Hey Jan. Ja, alles klar. Mein Name ist Jan. Ich komme aus Hannover und du hast ein sehr schönes Handy. Kann man das im Laden kaufen oder ist das illegal? Deine Schuhe sind schön, ja. Jetzt fängt ja auch noch an, wie du verbrauchst. Das ist ja richtig Hammer. Ja, ne? Ja. Was oder was? Hat man das? Was? Na klar hat man das. Hier, live on YouTube. Das ist nur deine Pickel, Alter. Aber das Handy ist wirklich... Wie viele Megapics hatten das? Sag mal deine jetzt. Sag mal deine jetzt. Das wird ja auch mal sehen. Was? Hi, mein Zijana. Ah, ich weiß nicht. Oh, man kann echt die Klasse ohne rein... Mega! Wow! Ja? Hey! Hey! Okay, jetzt reicht. Ey, die Frage reicht wohl gut, ey. Es reicht! Jetzt machen wir das bei Facebook rein, ne? Hier ist mega super auf Formen. Ja, ich will die Toppen. Digga, du bist hübsch. Mal schämen dich dir. Arrrr. 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 Gerrrr. Hier. Hier. Da. Hauptsache Facebook. Jan, du wirst niemals Millionär. Hier. Ich geh FLYee. Hier. Dannest du erstmalig. In R8 vörter Geis. In R9 vörter Geis. In R9, 6000mm Reina. Choose nummer und � LLC. Vielen Dank.